Grüezi miteinander. Mit Gala Frisch Eierteigwaren und ein paar einfache Zutaten wie Käse, Tomaten und frische Kräutchen zum Beispiel, hat man schon schnell mal ein prima Essen parat. Und auch für Abwechslung ist gesorgt, weil man Gala Frisch Eierteigwaren bei Coop in den verschiedensten Sorten und Formen bekommt. Die Auswahl ist aber nur ein Vorteil der Gala Frisch Eierteigwaren. Auch Qualität wird bei Coop besonders gross geschrieben und Qualität fängt ja bekanntlich bei den Rohstoffen an. Für die Herstellung der Gala Frisch Eierteigwaren braucht Coop in der eigenen Fabrik ausschliesslich bestes Spezial Hartweizengrieße. Bei der Produktion werden aber auch viele Eier verwendet. Für eine einzige Tagesproduktion braucht Coop über 100'000 Eier. Der grosse Eianteil gibt den Gala Frisch Eierteigwaren, die eine schöne, gelle Farbe und dazu erst noch einen höheren Nährwert. Jetzt noch etwas zum Aufbewahren. Gala Frisch Eierteigwaren können mindestens ein Jahr lang gelagert werden und sind darum auch ein idealer Vorrat. Schön, gell, ein solcher Blumköl. Legen Sie ihn zuerst 10 Minuten in kaltes Salzwasser. Dann in kochiges Salzwasser mit ein bisschen Zitronensaft. Achten Sie darauf, dass er vom Wasser gut bedeckt ist, damit er schön weiss bleibt. Während dieser Blumköl hier kocht, Curry und Mehl im Anken dämpfen, mit Bouillon und ein bisschen Weisswein ablöschen, würzen, glatt rühren und 5-10 Minuten leislich kochen lassen. Mit Rahm verfeinern und noch einmal gut aufwärmen, aber nicht mehr kochen. Nach 20-30 Minuten durch die Blumköl auf eine vorgewärmte Platte anrichten, die Currysauce drüber leeren und wenn Sie Lust haben, mit dem Anken grössten Mandelsplitterchen bestreuen. Das Rezept finden Sie in der Koop-Zeitung und morgen im Teletextzeiten 270. Einen guten. So, das wäre es wieder einmal gewesen für heute. Danke, dass Sie für uns Zeit haben. Achten Sie jetzt noch auf die Koop-Angebote zum Sparen. Zum Anfang die aktuellen Preisschlager. In allen Koop-Warenhäusern gibt es die Satrap-Haushaltmaschine zu besonders günstigen Preisen. In allen Koop-Bläden gibt es das Strickgarn Elustra in 10 Farben, ein Knäuel an 50 Gramm für nur 2,50. Zwei Bratpfannen, 20 cm und 26 cm mit Silverstone-Belag für nur 19 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Koop Bonjour Margarine mit 10% Butter, 4 Portionen zu 125 Gramm, statt 3,70 für nur 3,20. Und Bonjour Fit Minarin, 250 Gramm, statt 1,50 für nur 1,20. Sein Alko, 1 Liter statt 1,45 für nur 1,10. Dilsitter 1 A, vollfett und pasteurisiert 100 Gramm für 1,19. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag ausländische Tomaten, das Kilo 43. Ein feiner Butterzopf von 650 Gramm, statt 4,20 nur 43. Auf Wiedersehen!